Die Sendung wird unterstützt von Speicher-Handwerk AG, Ihr Fachgeschäft für Naturbettwaren, speicher-handwerk.ch Johnson Eliezer kommt 1956 in Südindien auf die Welt und wächst in einer erzkonservativ-christlichen Pfarrersfamilie auf. Dort sind strenge Regeln und Schläge an der Tagesordnung. Bald zieht seine Familie auf Nordindien, an Gangesuhe, in die Hindu- und Hippie-Hochburg Varanasi. Johnson prallt dort mit voller Wucht auf eine völlig andere Welt. Er bricht aus aus der strengen, eingängenden Kultur seines Elternhauses und trifft völlig ab in ein Hippieleben, wo die freie Liebe und den Drogenkonsum so richtig zelebriert werden. Wieso Johnson Eliezer mit 19 Jahren in die Schweiz reist, jahrelang Pfarrer im Ametal wird und heutzutage aber Modeverkäufer ist, über das alles bitte ich mit ihm jetzt zu reden. Herzlich willkommen aus dem Restaurant Zone Schöneberg in Wengi bei Böre im Kanton Bern. Eine schöne Umgebung. Johnson, herzlich willkommen bei uns. Danke. Wir haben uns vor ein paar Minuten das erste Mal gesehen und ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon lange. Ganz ein spezieller Mensch mit einer speziellen Geschichte, was wir jetzt gerade gesehen haben. In diesem ersten Teil ist der Kontrast, das Hippieleben in Indien, der Pfarrer nachher im Ametal und heute der Mann in der Modebranche. Also es ist ganz viel Stoff drin. Ich möchte, wenn es geht für dich, zuerst zurück auf Indien. Dass wir uns ein bisschen ein Bild machen können, was das für eine Umgebung war, für ein Milieu sozusagen, die Pfarrerfamilie in Südindien. Und vor allem euer Innenleben zu Hause. Ich muss oft den Menschen klar machen, dass die Welt, in der ich drinnen aufgewachsen bin, dass das die meisten Leute hier so erlebt haben, in der Übergang des letzten Jahrhunderts, die Erziehung meines Vaters. Also wir haben so eine... Es war die Erziehung der Peitsche. Also das heisst, wenn du die Regeln nicht gehalten hast, hast du einfach wirklich Schläge bekommen. Für was hat es zum Beispiel Schläge gegeben? Ja, vielleicht hast du nicht genügend gelernt. Vielleicht hast du vergessen, die Zeit zu machen. Also aus der heutigen Sicht würde ich sagen, willkürlich. Es ist Autorität ohne Weisheit. Und dann wundert es mich aber schon nicht ganz, wo wir dann nachher in Norden sind, Richtung Gangeset. Das ist ja... Kannst du diesen Ort ein wenig beschreiben? Das ist ja so... Für viele Leute ist es ein magischer Ort. Hippie, Hindu-Hochburg, aber auch, wo wir dann hergezogen sind, vom Süden in den Norden. Ja. Varanasi ist so die Sehnsuchtsstadt des desillusionierten Westlers gewesen. Also die haben die Wohlstandsideale ihrer Gesellschaft in der Nachkriegszeit einfach gar nicht mehr bejahen können. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht, vor allem nach Varanasi, weil dort konnte man einfach günstig Drogen haben. Man hatte fast keine soziale Kontrolle. Und dort konnten sie ihren Traum von Frieden und Freiheit und Liebe ein Stück weit ausleben. Also es war ein Ort, der so eine mystische Kraft hatte. Und die Leute einfach regelrecht angezogen hat. Und das hat auch mich gepackt. Ja, und das war für dich auch eine Versuchung. Weil jetzt kommst du aus so einem engen, konservativen... Jedes Wort, das man braucht, trifft es und trifft es eben nicht. Aber jetzt kommst du in solche Möglichkeiten hinein. Irgendwann steckt man dich in ein Internat. Und dann ist bei dir die rebellische Phase irgendwann gekommen. Wenn ich hier in das Internat komme, ich in diesem Dschungel von diesen schönen und starken Gielen und Mädchen, ich bin zwölf oder dreizehn, ich bin eher schwächlich. Ich habe angefangen, die Bibel zu bekommen. Und ich habe mich geschämt. Ich hatte so ein Minderwertigkeitskomplex. Und ich hatte das Gefühl, ich bin niemand. Und das hat die Treibkraft bei mir entwickelt, dass ich ihm jeden Preis auffallen wollte. Und irgendwie dazugehören. Gib ein Beispiel, wie du dort unterwegs bist. In diesem zarten Alter. Also, der Abschluss in dieser Schule. Meine Weigerung. Ich will Tabubrecher werden. Für die Prüfungen. Also die Schlussprüfungen. Entscheidet eigentlich meine Zukunft. Für die Geometrieprüfung habe ich Kreise gezeichnet. Auf 22 Blättern. Voll provoziert. Genau. In der Literaturprüfung habe ich Geschichten über die Schule geschrieben. Über meine Lehrer. Und ich habe sie eigentlich an Pranger gestellt. Was das für erbärmliche Gestaltes sind. Vollkonfrontation. Ja. Ich hatte das Gefühl, alles oder nichts. Du musst aus dem Mark des Lebens, oder aus dem Knochen des Lebens, Mark aussaugen. Jetzt hast du richtig alles weder. Das ist irgendwo sehr nachvollziehbar. Aber hier aussen findet natürlich auch ein Leben statt. Oder der hat dort stattgefunden. Und dann haben es, glaube ich, nicht alle so gut gemeint mit dir. Also irgendwann hast du dann auch ein Problem. In gewissen Kreise gekommen bist du, oder? Ich war immer am Aufbau des Ganges. Ich habe dort einfach wirklich so ein zweites Leben gebaut, oder? Und wo es eigentlich so eskaliert ist, haben meine Eltern gesagt, jetzt gehst du fort. Dann haben sie mich in die Süden geschickt nach Bangalore. Ich habe meine Koffer gepackt, und das, was ich hatte, ich bin auf der Strasse. Ich hatte einen Kollegen mit dem, da bin ich in ein Haus hinein, das von Gangsters besetzt war. Und dort bin ich in die kriminelle Unterwelt von Bangalore hinein gekommen. Und dort habe ich so gelebt während neun Monaten. Ich habe erlebt, wie sie in der Nacht, also zwei, drei am Morgen so Strassenkämpfe, ich habe gelebt, wie sie Frauen hergebracht haben und sechs, sieben Männer sind über sie hergefallen. Also, und ich bin sechsenjährig. Darf man nie vergessen, oder? Dass du dort so ein Teenie bist. Ja. Ich meine, deine Eltern, die müssen ja verzweifelt sein. Was machen wir jetzt mit ihm noch, oder? Es gibt eine amerikanische Schriftsteller, die heisst Ayn Rand. Und sie hat das Buch geschrieben, den Fountainhead. Und das ist einfach so meine Bibel geworden. Und das ist eine Philosophie, die sagt, dass kein Mensch so verdranger leben soll. Und als ich das Buch gelesen hatte, da habe ich das hergenommen und geschrieben, dir seid nicht meine Eltern. Ich wollte, dir habt mich zwar geboren, aber dir habt kein Recht auf mich. Dir lebt von mir, aber ich will, wenn ich von euch leben. Und dann ist er gekommen, ich erreiche mich. Und dann gibt er mir das Geld und sagt, jetzt gehst du das Billion kaufen, kommst du nach Hause mit mir. Und dann sage ich nein. Ich komme nicht. Dann sagt er, warum. Dann habe ich gesagt, ich habe eine Freundin hier. Und mein Leben ist hier, ich will nicht kommen. Dann hat er gesagt, ich habe drei Sohnen, jetzt habe ich noch zwei. Ich will sie nicht mehr sehen. Was hat das mit dir gemacht? Es macht heute noch etwas mit dir, oder? Wenn du darüber redest. Ist das einer der extremsten Schmerzen, würdest du sagen, die ein Mensch erlebt? Wenn ein Vater so etwas Radikales sagt? Ja, ich weiss nicht, wer mein Vater war. Das ist vielleicht die Tragik von meinem Leben. Ich wusste nicht, wer er ist. Ich wusste nicht, wer er ist. Er hat nie etwas über sich gesagt. Du brauchst ein Nasstürchen. Ja, sonst läuft er noch die Brille. Ist ja gut. Es gab kein einziges Gespräch zwischen ihm und mir. Also, wenn die Beziehung sich auf Befehle, wenn die Eltern-Kind-Beziehung sich nur auf Befehle beschränkt. Und damit hat er mich in einen Untergrund getrieben. Ein Ort, wo mein Leben ist. Konstant von der Unwahrhaftigkeit. Und du denkst, jetzt, wo mich niemand sieht, kann ich machen, was ich will. Du fragst nicht, ob das stimmt oder nicht. Solange ich machen, was ich will. Also, du kommst von einer unbrauchbaren Erziehung, also Nullerziehung in eine Hölle, wo du dann selbst schaffst. Weil du nicht anders weisst. Weil du nicht weisst, weil du nicht weisst, mit der Freiheit umgehen. Du hast dann irgendwann in Indien eine Schweizer Frau kennengelernt. Die spätere Frau. Sie ist dann zurückgegangen in die Schweiz. Und dort warst du im College. Und wo es eingegangen ist, hast du recht exzessiv dann weitergelebt. Also, ich habe da gehört, irgendwie eine halbe Flasche Gin, du kiffst, du dröhnst dich eigentlich zu permanent. Ist das immer schlussendlich, ich meine, heute kann man es ein bisschen anders anschauen, immer ein bisschen um diesen Schmerz gegangen. Du hast dich lösgelöst von der Geschichte, die dir in der Kindheit erzählt wurde. Du bist einfach auf der Frage, was in aller Welt mache ich hier? Es ist eine höchst heftige Suche nach Sinn und Ziel. Und wozu? Ich habe am Morgen Gin trank und unter den Tag geraucht. Eines Tages. Das ging neun oder zehn Monate. Ich habe versucht, das war ein Lied, das ich versuchte zu lernen. Bowls and flows of angels. Das ist so ein Lied. Ice cream castles in the air. Und jetzt bin ich am spielen. Und ein Kollege von mir sitzt daneben und wir rauchen den Joint. Und dann falle ich zusammen. Und ich bin weg. Dann holen sie mich, also laufen sie mich, sie bringen mich ins Krankenheim. Dort geben sie mich irgendwie eine Spritze oder ich bin weg gewesen. Und als ich erwachte, habe ich halluzioniert. Ich habe Stimmen gehört. Ich war zu uns nicht alt. Und ich habe nicht verstanden, was mit mir passiert ist. Sie haben mich entlassen. Ich habe nicht mehr schlafen können, weil ich konstant all diese dunklen, also völlig beängstigende Visionen hatte. Ich habe ein Seil gesehen und gesagt, häng dich auf. Ich habe das Messer gesehen, es ist ein Stich zu. Im Spital haben Sie von einer Hasch-Psychose gesprochen. Mit allem, was dazu gehört, eben die Halluzinationen, Suizidgedanken. Dann gehst du zurück, nach Hause. Und dann ist es wirklich so, dass du das erste Mal überhaupt konkret mit Gott geredet hast. Ich habe ja alles ausprobiert. Die Welt hat ja nicht unendlich viele Weltanschauungen, die sie zur Verfügung stehen. Ich habe damals etwas innen durchmarschiert. Und jetzt bin ich in einer Sackgasse. Das, was ich nicht probiert hatte, ist das Christentum. Obwohl du so aufgewachsen bist, oder? Weil ich das Gefühl hatte, das ist altmodisch, das ist antiquiert, das ist für Vorgestern, das ist eng und das ist ein Korsett. Aber ich habe mir ein einziges besinnen, und das ist, dass Jesus geheilt hat. Und dann habe ich gesagt, das war so wie ein Stossgebet, habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich gegeben hat, und wenn du geheilt hast, du mich heilen. Das war so die Initialsünde von dieser unheimlichen Reise in die Gesundheit. Also ich weiss heute, dass für einen Haschpsychose ohne Medizin, ohne Medikament, also es gibt keine Behandlung. Also ich habe allein mit 18 meine eigene Heilung mit der Bibel, mit dem Gebet, und mit der Sturheit, die vorher in einem anderen Bereich war, habe ich jetzt einfach hier, auf den Tag geleitet. Und dann, und ich bin immer wieder, weil ich viel nicht schlafen konnte, früh am Morgen bin ich aufgestanden, und bin ich laufen gegangen. Und 1 Dezember Abend, als ich am Laufen war, wusste ich, morgen bist du gesund. Und am nächsten Tag, so wie die Psychose kam, hat sie sich gelüpft wie ein Wolk. Ja. Ich bin von einem Moment, und von dem anderen, ich war gesund. Sieben Monate später komme ich in die Schweiz, oder sechs. Ich danke dir für den schönen Übergang, den ich jetzt genau machen wollte. Das ist, was für eine Rolle hat denn, also du hast so eine Erfahrung, nimmst du mit, du fängst etwas Neues an, ziehst mit 19 in die Schweiz, eben zu Esther, hast, glaube ich, im Schnellzug, Tempo, Deutsch gelernt, Matura angeholt, studiert an der Uni Bern, Theologie, heiratisch, es kommen Kinder in eurem Leben, also wir überspringen jetzt natürlich ganz viel. Und mit 1986, mit 29, gehst du zuerst auf Langnau, und dann auf Sumiswalz. Du, wo du aus dem indischen Offen kommst, sozusagen mit so vielen Erfahrungen, völlig andere Kultur, bist du in einem Talpfarrer. Das ist irgendwo fast ein bisschen mehrbimässig, oder? Ich bin ja heute ein Langnauer, also ich habe Heimat dort, Langnauer, und ich bin ein stolzer Langnauer. Also, Emmental sprengt Klischeen. Und das ist... Eben doch. Also, wir haben so Stereotype. Und, also, offene Ablehnung habe ich ja nicht erlebt. Also, ich kann ja nicht sagen, ob jemand Fust im Sack gemacht hat. Ja, das Gegenteil. Du bist extrem populär gewesen. Ja. Also, man kann fragen, wer man will. Du hast also wirklich deutliche Spuren hinterlassen. Ähm... In der Beziehung ist die nicht so gut gegangen, glaube ich. Oder euch, das ist einfach nicht gelungen. Aus verschiedenen Gründen habt ihr auch auseinandergelebt. Ähm... Und dann lernst du einige Jahre später deine jetzige Frau kennen, die Mette. Ähm... Sie sieht so aus, wie die Leute dort aussehen. Irgendwie. Aber das ist vielleicht mein Glischee. Also, auf jeden Fall, ganz ein wichtiger Punkt. Ein Glücksfall auch in deinem Leben. Und dann kommst du in eine neue Pfarrstelle. Im Seeland. In Bargen. Und dann fängt aber ein Prozess in dir an. Wenn man das jetzt ein wenig verkürzt will. Wo heisst... Ich spüre zwei Seiten in mir. Ein Sonntagsgesicht und ein Gesicht, das am Werktag funktioniert. Das Problem mit Leuten wie mir, wo du so formuliert hast, Sonntagsgesicht und Werktagsgesicht. Das Problem ist, wir wissen ganz genau, wer das müssen. Aber wir halten uns selber nicht aus. Und das... Das Ideal, wo du... Oder irgendwo... Ich glaube, keines von uns ist unterwegs ohne das Ideal von dem, was wir sein möchten. Mhm. Wie ein... Wie ein Sein, wo... Wo... Entwicklung ist ins Licht, oder? In Reife. Und ich sehe meine Entwicklung einfach... Einfach... Es ist rückwärts geworden, oder? Mhm. Es ist eine gewisse Rolle. Wo natürlich als Pfarrer... Die Frage ist einfach, wie weit... Wie weit verdreht es das mit deiner Überzeugung, dass du irgendwann das Gefühl hast, nein, eigentlich zerreisst es mich? Anspruch und Wirklichkeit gehen total auseinander, oder? Ist das auch mit ein Grund gewesen, dass du dann irgendwann gesagt hast, Schluss, ich mache etwas ganz anderes? Rudi, du fragst dich in so einer Situation, die entscheidende Frage ist, wie komme ich zu Veränderungen? Mhm. Und für mich... Ich habe nicht gemerkt, wenn ich dort bleibe. Ich muss irgendwo nachher, wo ich nicht Chef bin. Nicht alles im Griff hat. Und da musst du dich freiwillig... Die klein... Und verletzlich... Und verwundbar... Und abhängig mache. Oder? Und solange ich in diesem Pfarramt war, war ich von all dem gar nichts. Ich hatte ja das schönste Pfarrhaus im Seeland. Anführungsweise. Ein ziemlich sicheres Leben. Sattes Leben. Sattheit. Es ist eigentlich Gott als guter Nebengedanke. Mhm. Wenn ich hier weiter verhörte, dann habe ich es verloren. Also auch aus einer gewissen Komfortzone auseinander. Perfekt, ja. Dein Leben ist dann sehr speziell verlaufen, von der Kanzlerin in die Modeboutique. Plötzlich ist der Pfarrer dort im Modekontext anzutreffen. Deine Frau hat dich da inspiriert. 2003 hat sie die Filiale in Bern eröffnet. Und du hast dann 2008 in Zürich das gemacht. Und wie sehr hat deine Frau dazu beitragen? Oder dich ermutigt? Weisst du... Du bist ja dann schlussendlich dort gelandet, wo sie... zuhause ist. Das ist so etwas ihr Riech, oder? Also... Du fragst mich über Mete und... Und ich glaube sehr, dass es niemand... ...hätte es neben mir ausgehalten. Was sie durchgehalten hat. Finde ich natürlich unglaublich wertschätzend von dir auch. Äh... Und mutig. Weil das trauen sich trotzdem nicht so viele Leute schlussendlich zu sagen. Und nachher... ...habe ich zu ihr gesagt... ...wir haben... ...so und so viel... ...das ist die Möglichkeit... ...also finanziell... Was sagst du dazu, dass wir... ...dass ich... ...dass wir ein Geschäft suchen in Zürich... ...und diese CPH Zürich aufbauen. Das ist ein recht vertrauensstreit, oder? Ja. Da kommst du... Da bin ich auf die Welt gekommen, oder? Es gibt eine Wüste Zürich. Ist knallhart, oder? Ja, knallhart. Und dann haben wir dort angefangen. Und ich habe das Geschäft... ...von 2008... ...bis 2017... ...faschenlei aufgebaut. 2017 passiert dann einfach das... ...völlig unerwartet, völlig... ...einfach das... ...haben wir die Welt nicht mehr verstanden. Oder? Es ist immer so gegangen. Und dann plötzlich, jeden Monat... ...haben wir 10'000 Fr. weniger in der Kasse. Genau 10'000 Fr. Dann habe ich schier verzweifelt. Da habe ich gesagt... ...her, was ist denn das gewesen? Was ist das jetzt gut gewesen? Mhm. Du hast ja genau... ...so Situationen ein wenig... ...ausprobieren, was das jetzt gesagt hat. Und jetzt kommt das. Für was? Für in aller Welt... Was... Was ist denn... Ja klar, ich habe... ...ich habe mich verändert. Ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich habe gelehrt, oder? Und dann haben Mette und ich mir... ...nächtenlang darüber geredet und gesagt... ...was wird hier... ...was ist das für ein verborgener Gott? Völlig unverständlich. Allzu verborgen, meinst du? Ja, und unverständlich. Und darum haben wir dann einfach gesagt... ...okay, das Zelt abbrechen... ...schauen, dass wir irgendwie in Bern weiter machen... ...und jetzt kommt das. Ich höre, dass er lokal frei wird... ...im Hotel Helmhaus... ...an der Schifflände. Das ist... Ein leichten Standort. Ja. Ja, wirklich. Wenn man Zürich ein wenig kennt. Ja. Die, die Zürich kennen, wissen, was das heisst. Ja. Langer Geschichte, kurzer Sinn. Wir kommen zu diesem Standort... ...mit so einer Mette... ...die Win-Win ist für alle. Für sie. Für uns. Es ist einer der schönsten Standorte. Und dann denkst du... Also... Ist doch nicht ganz so verborgen. Gleich nicht, oder? Spannend. Aber eben... ...den ganzen Zwischenweg, der so schmerzhaft ist... ...und voll von Fragen... ...den kann man jetzt nur ein wenig ahnen, oder? Weisst du... ...in dieser Zeit drin... ...es gibt einen... ...so einen kleinen Spruch... ...die ich lese in der Bibel oft eigentlich. In dieser Zeit habe ich einfach... ...die fünf Worte, oder was? Vier Worte. Be still... ...and know... ...that I am God. Sei still... ...und weiss... ...wisse... ...dass ich der Herr bin. Was ist denn das? Das heisst... ...es gibt eine Haltung in dir... ...die du... ...übergehst... ...von dem... ...sorgen... ...und werchen... ...und tun... ...und machen... ...wo du stille liest... ...weil ein anderer im Griff hat... ...ein anderer am Werk ist... ...und du lässt... ...das bin ich am Lernen. Dort hast du wie... ...auch... ...das einfach weiterleben können... ...was... ...was du... ...ausstrahlst auch... ...du bist ein Mensch... ...die kommunikativ ist... ...die zugänglich ist... ...passiert dir, glaube ich... ...immer wieder... ...dass Leute zu dir kommen... ...und dann... ...sich spontan... ...Gespräche geben... ...die weit über die Kleiderwelt rausgehen... ...ja... ...das... ...das ist es so... ...in den Laden kommen... ...Leute... ...die nicht nur ein Bedürfnis haben... ...nach Kleider... ...sie haben... ...wenn sie... ...wenn sie so etwas Intimes kaufen... ...wie Kleider... ...dann... ...aber das ist ja nicht einfach... ...man hat nicht alle... ...männchen gleich... Nein, jetzt habe ich gehofft, dass du mir sagen kannst, wie das geht. Dass wir alle gerne haben, gelingt mir auch nicht immer. Und dann muss man es aber auch nicht von den anderen erwarten. Aber du strahlst so viel Positiv in. Ich kann mir das irgendwie nicht ganz vorstellen, dass das so ist. Du warst immer ein guter Verkäufer. Ich glaube auch von der christlichen Botschaft. Auch mit all deinen Kämpfen, die du gehabt hast. Aber das hat den Leuten etwas gegeben. Das kannst du jetzt auf eine Art auch weitermachen. Du bist auch jemand, der sehr ansprechbar ist innerhalb des Lades. Und du hast auch noch... Man kann dich effektiv nochmal auf den Kanzler erleben zwischendurch. Ich bin eigentlich froh, dass du das nicht ganz aufgegeben hast. Weil du hast so viel zu sagen. Es ist einfach passiert, letztes Sommer, dass in der Gemeinde, in der wir wohnen, dass ich einen Notfall hatte und dann bin ich eingesprungen. Und es war gut, zu spüren, wo ich bin. Und ich merke natürlich, dass meine Veränderung so... Eigentlich bin ich erst heute Paratfahrer sein. Sie haben mich 29 auf die Leute losgelassen, die armen. Johnson, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist, dass du erzählt hast und wie du erzählt hast, innere Ehrlichkeit und Direktheit, die sehr beeindruckend ist. Danke dir. Danke auch, Rudi. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns schreiben, ERF-Medien, Fenster zum Sonntag, 83.30 in Pfäffiken, oder ein E-Mail an tv.erf.ch. Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Die Sendung wurde unterstützt von Spiecher Handwerk AG. Ihr Fachgeschäft für Naturbettwaren. Spiecher-Handwerk.ch Spiecher-Handwerk.ch